entsorgen bestätigen die kalle werden wir definitiv heute entsorgen und damit ein hallöchen meiner lieben zurück zu einer weiteren folge von paul bald die kalle ist heute mal wieder mit am start und meine lieben wir haben es geschafft wir haben endlich sehr viel eisen damit wir hat sehr viel wir brauchen nägel wir brauchen nägel unbedingt so ja jetzt würde ich gerne was anderes machen aber mein fuchs ist gerade drin deswegen sind oder draußen draußen deswegen kann ich gerade irgendwie die nägel nicht machen die nägel nicht machen muss sich selbst dran stellen habe ich jetzt gerade das ganze eisen für die ege verschwindet aber egal echt jetzt wirklich ich wollte mir allerdings picke und sowas alles machen wir können es ja dann noch abbrechen das ach quatsch wie brauche ich denn keine ahnung ich brauche nur ziehen ja ich brauche glaube ich auch nägel nee warte mal für was brauche ich nägel machst du dann auch oder so war es wieso hast du noch nicht hast doch stein ist doch eher hier drauf gewesen als ich was bist du denn für den arsch wenn du schon hier mit dabei zu zacken möchtest dann macht mir auch was du schon hast deine seele echt jetzt war doch hier schon mal schnell wenn du so eine kackloopsie hast die nicht schneller arbeiten das ist ja schwache leistung muss die noch irgendwie alle benennen so jetzt 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 das leute das ist die richtige werkbank die ganze zeit haben wollten und irgendwie nicht geschickt haben dass es falsch ist mit dem metall ja siehste ja du bist doch hier am rumheulen du bist ein vollnoob ja wer tausendmal denselben tüschchen stellt ich auch aber egal hast du denkst hast du den glitzerpingo drauf ja ich habe den glitzerpingo draußen ich habe beute beute draußen auch der glitzer bände ich aber gut hier damit du den hörst nein glitzer nicht mehr weil da glitzer sieht schön voll ja so verbesserungen jetzt können wir es machen tu es baue kochtöpfe baue weizenfeldern baue mühlen ok kochtopf haben wir auch als samen wo habe ich es gesehen kochtopf da fehlt mir natürlich metall da haben wir noch 15 stück drinnen aber ich hab doch wirklich eine picke man wir müssen erst mal picken machen ansonsten wird es eine quälerei metall zu organisieren dann mach doch deine picke ich kann mein pinguin gleich wieder zu mir rufen so also brauchst du auch ja ja bitte haben wir nur eine beschissene werkbank hier momentan ja ich habe ja nicht gewusst dass du mit drauf kommst kein wunder dass es hier so lange dauert jetzt müssen wir auf die nägel warten du kannst ja wir sind eier fertig wie viel hast du spiegeleier ich habe glaube ich irgendwas mit 20 ah dann nimm dir mal die eier die 22 sonst verhungerst du mir noch und verkackst hier ja jämmerlich verhungern tue so oder so wenn ich esse ja da was ach so ach ja da liegt ein dicksbums das nehme ich ihn hat hier nicht richtig in der kiste gepackt du hast meins du mach doch mal komm das kann auch nicht so schwer du musst du in der kiste gucken das ist voll okay verstehe ja du hast viel zu wenig kissen aber kannst du mich mal hart nee danke was ja das ist beude beude hast du gerade gefragt wo metall ist du ja du ja du sprech dich aus so an dein fußende packe ich den kochtopf in was ist jetzt schief gelaufen hast du das gerade geklaut du gerade kacke metall geklaut das war unser letztes ich habe mir gerade angeklickt und habe mich gefragt ob ich wieder was ich habe die dings hier gerade gebaut ich kann es auch abbrechen wie kann ich nicht na dann sammeln wir mal metall dann hast du was zu tun was war das hier hast ich wollte nur weiter ich klicke gerade zwei mann ich dachte jetzt wäre kaputt ja ich hab's vergessen sorry metall spitzhacke oder meines dicke beute raus da steht es ist doch schon ist mir so erschreckend stehe doch nicht so komisch hinter mir ist sie sind so ein bisschen aus als ob man dich ein bisschen gekrabbelt alter was macht er denn mein freund du bleibst schön da ja piro dingsbums das hier mit mir eine läuft jetzt durch sehr schön scheiße dass wir aufnahmen sind ich könnte schon wieder aus ein bisschen kacke ne sonst würde so einiges gegen kopf hinein ja ja frau ja warte ich mache noch hier dings bietet nee extra brauchen wir noch aber dann brauchen wir wieder genau du bist halt ein stein spitzhacke entsorgen ja ital da können wir eine runde pen gehen da werde ich das holen ja will ich die ganze zeit du kannst ja nichts wieso sagst du nichts was willst du eigentlich von mir quatsch mich nicht von der seite an will pen guten morgen mir ist auf gerade aufgefallen dass du die ganze zeit gemütet bist echt nein wird jetzt wieder ich werde mal jetzt zu ende abhauen hier ich will mal platz da ich schlage dich jetzt windelweich die meine spitzhacke an dummes teil ja so ist das manchmal ich hab mich beute gerade leicht erschrocken jemals gegeben den geben ich noch gucken wir mal ob wir jetzt ein weiteres lager bauen können jetzt bremsen hin sind jetzt eins aufgestiegen lager ist zu nah meckern tut er jetzt gerade nicht da steht vielleicht nicht irgendwo komm wir bauen jetzt ein aber wir brauchen dicks bums was ein bisschen beteil dann kann das durchlatschen wenn du ein foxy reinsetzt oder auch so ein feuervieh und denke war los und schon mal das nächste dings machen lager natürlich jetzt machen damit wir eisen bekommen ja ich höre jetzt gleich auf ich reise schon mal dahin du bist ja groß genug du wüsstest garantiert finden nein jetzt zu fuß ja naja wenn ich das aufgestellt habe kannst du ja dann zu mir reisen du schaffst das schon du bist du bist groß genug ich glaube an die eigentlich glaube ich nicht an dich aber ich tue mal du kannst mich mal hier eigentlich los nein ich will kein holz aufheben ich jetzt holz aufgehoben ich habe zweimal holz aufgehoben natürlich du bist ein genie er werdet einfach ja so ist wie es ist arbeitet hier weil die fischer sind einfach alle zu faul und seitdem sie dich gesehen haben irgendwie schon so jemini was läuft nie warum muss muss platz hier ist ja auch voll so ist die brücke hier hier ist sie doch wo schiebe ich das denn jetzt hin keine ahnung in die kiste wieso machst du die steinspitzhacke wieso machst du die nicht kaputt keine ahnung kann ich jetzt kaputt jetzt ist entsorgt toll warte mal ach ja das wollte ich machen jetzt muss die grad nachdenken manchmal so eine sache ja manchmal kompliziert ja manchmal schon hier ist es da platz frei ist es was ist nun hingestellt ich muss erst mal hinlaufen du dooflos macht doch mal schneller er das nächste läufst du nein der igel freut sich umsonst sich hier echt damit kann arbeiten geht es so gut definitiv so dann die arschgeigen hier echt zu wenig küssen ihr armen dinge erwartet ihr kriegt noch eine kiste hier ich nehme das ganze holz hat die idea hat ja und macht kisten für euch die kiste hier bitte schön ihr süßen schöne leere kiste ja 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 alle menschen die handwerk nichts davon auch keine handwerk zwei und nicht rein furzen so gucken wir mal wie die abgrenzung hier ist ja du kannst du mir reißen übrigens du musst mal gucken ob das soweit in ordnung ist von der entfernung her von dem kreis so dann wollen wir noch zweitlager bauen da bin ich muss mal gucken ob die umkreisung so okay ist das letzte mal hatte ich ein pfugel oder du sagst das ist doof nö gibt es da oben noch was da geht bestimmt noch nach oben der kreis also zu schluchten mal und höpst und höpst du bist doch okay so, Holz, 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 Holz Alter, Holz und Stein, ne? ich werde immer voller gerade ich hoffe, das kann ich gleich eine Runde verbauen Stein 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 und hier noch ein paar süße Wölfchen Was für anderen Objekten überschneidest du dich, mein Freund? Voll chillig Was schreit denn jetzt schon wieder hier? Irgendwas schreit hier Komm schon Echt? So, wartet mal Erstmal ein paar Bettchen hier hin bauen So, drei Stück dürften erstmal reichen Ja, Stein ist so ne Sache, ne? Ach, das sind die Bäume, die hier spinnen, okay So, Kisti Ja, hab ich dahin gepackt, damit wir erstmal... Hallo? Oh, cool Nein, sollst du nicht machen? Oh mein Gott, da kommt echt ein Wolf hoch Komm doch mal her Ich will dich reiten, lass doch mal das scheiß Holz hoch Glaubst du das? Was? Mein Vieh will dich reiten Ja Sehr schön Kann ich dich jetzt reiten? Geh doch Hast du was angefangen gerade? Ja Warum? Weil ich es gehört habe Oh Ja, ähm Wolf Was gerade so blöd kommt Ich such mal nach Stein hier Mhm Hier ist Stein Da ist Stein Hier nicht Das war falsch Hm So Mein Freund Wieso ist hier kein Stein? Warum? Warum? Kann man das abhauen? Abhacken? Mal gucken Ist das? Nein Nein Dekostein So gut das hält Dann hat man hier wenigstens eine schöne Aussicht Ich drücke immer den falschen Knopf So Ich habe eine Helia gefangen Keine Ziege, oder? Nein Lama Nein Nein Das ist eine Kalli Das kommt dir sehr ähnlich Nicht mir So Was sind die Pfeiler auf dem Boden? Ähm Ähm Wir müssen eine Katze hierher holen Voll krass, ich habe ein gewöhnliches Ei Uns fehlt nämlich Ja, wir müssen die Katze holen, die zuhause bei uns ist Ja Weil? Wir keinen haben, der Stufe 2 hat mit Bergbau Achja Da war ja was Jep Galoppel, 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 Galoppel Ich mache einen Waldspaziergang Mein Gott Wie toll ist das denn, ne? Naja Gut, oder? Sehr toll Ja Bin ich hier überhaupt richtig? Naja, fast Oh, das war knapp Oho 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 Was ist passiert? Ich habe den falschen Knopf gedrückt, ich wollte eigentlich dich mit dem hier überraschen Ja, das habe ich gemerkt Blicke Maustaste Ein Glück, dass hier Das ich hier gerade gebaut habe, ne? Oh mein Gott Sonst wärst du runtergekarret, genau wie ich einmal Mhm Ach ne, das kommt nicht hier rein Und das hat keinen Spaß gemacht Ich bin gespannt, ob die Wände halten Weil so ein bisschen lappen die ja nach außen Alten? Ja Natürlich halten die, wieso sollten die nicht halten? Weil sie außerhalb des Kreises sind ein bisschen Ah So, wir brauchen das Futter Das Futter packen wir einfach mal hier in die Mitte hin Oh, ich muss ja so einiges noch freischalten Das Futter Dann brauchen wir Wentes Ich brauche Robert So, dann packe ich mal die Miezekatze Nein, ich wollte nach Hause teleportieren So, wir können jetzt zwischen den beiden Lagern Können wir jetzt hin und her teleportieren Das eine Lager, was wir gerade gebaut haben Ist für Eisen zuständig Ja Dann bekommen wir immer ganz locker Eisen Ey, bringen wir Beeren Samen mit Ja, das wollte ich gerade machen Ah Deswegen bin ich zurückgereist, du Doofnuss Also Blau, ja Ja, ab und zu Wir brauchen noch eine Quelle hier Wir brauchen Saft, Pahlsaft Ja, jetzt backen Pahlsaft Und diese Stückchen Nur drei Betten? Erstmal Ich habe zweimal Pahlsaft Ich gucke nochmal Pahl Oh Gott, weiter Knopf Gut, ich habe mehr Pahlsaft Noch mehr Noch mehr Habe ich nicht irgendjemanden, der hier mit Gut So, dann müssen wir die Katze raushäumen Die Katze kann als einziger den Eisen abbauen Kann ich dafür was anderes für Das Schwein könnte ich reinsetzen Ja, fein Guck mal, hier ist noch eins Nicht backen Nicht rumbacken hier Dann soll ich dich auch backen Ne, so weit ist leider nichts Da bleibt nur die Katze Die momentan als einziger Was ist mit dem Schwein? Er kann nur Dings machen Also nur Bergbau kann es Und noch kein Dumdum? Ne, Dumdum habe ich noch nicht So Bieren brauchen wir Ja Ja, 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 ja Ähm, Handwerk ist er Wo haben wir es denn? Ach verdammt, ich brauche Steine Ja, so geht es mir auch gerade Er bringt gerade Steine, warum? Weil hier irgendwo Steine lagen, glaube ich Ich mache mal eine Kiste ein bisschen näher hier Stell ich mal hier näher ran, damit die es nicht so weit haben zum wegbringen So Lass mal gucken Ist nicht der Transportweg soweit, weißt du? Jep Wir brauchen einen Pinguin hier Ja, einer der aussieht Und einer der aussieht Das ist der Affe So, gut, die Kiste habe ich erstmal kaputt gemacht, dass es nur eine Kiste gibt Oh Oh Und die kleinen Feuerviecher noch Ja Holz So, Stein, Stein, Stein Stein Komm zu uns Bist du Stein? Ich habe nur geguckt, was die Stein ist Oh, hier liegt Holz Ja Wer war denn das? Hm Ja, das frage ich mich auch Wer macht denn sowas? Ich glaube, das ist Stein hier, oder? Was ist mit der heißen Quelle? Mach ich doch, ich such Stein Ich glaube, für die heiße Quelle brauchst du nämlich Ja, Stein ist hier doof, ne? Die kannst du nur so auf den Bohren abpflücken, den Rotz Jep Irgendwie schon Kleinen Klumpen Gut, dann müssen wir nach Hause fliegen Hause Jep Oder ist hier oben vielleicht Stein? Ein Ei liegt hier Ei Ich habe auch ein Ei Befunden Echt jetzt? Wieso sammle ich hier Weizen ein? Hm Ja, war ja was Hier ist irgendwie was voll Sehr schön, sie hat es erledigt Hier ist auch kein Stein hier oben Läuft Das kann doch nicht sein, dass hier kein Stein ist Mhm Wow, Eimerstein gefunden Jeder Suppe Tüte Eile Eile, da kann ich noch nichts mit anfangen Ich habe Brot Für die Welt Brot für die Welt? Ja Wir finden hier auch Pfeile Hier liegen auch Pfeile rum Wer findet denn hier Pfeile? Keiner Ach so, ja das ist Foxy Ich dachte Du wärst gerade hier bei der anderen Base Bei unser Eisen Base Ja Ein bisschen Stein mir gleich Was brauchen wir noch? Äh, vielleicht Beeren-Samen? Haben wir da nicht? Nee, alles in Ordnung. Die machen doch, ne? Äh, soweit machen sie es, ja. Dann, glaube ich, brauchen sie keine Samen. Äh, kannst du Bruch hier diese blauen Teile mitbringen? Ja. Wie viele? Ich bringe erst mal ein paar mit. Und Fasern, wenn du an Fasern kommst. Oh, ja. Die Schweinenschatz. Oh, ja. Äh. Oh, wir brauchen für den Ofen noch etwas. So Transportviecher brauchen wir. Sonst wird es hier bald ein bisschen bunt. Liebe ist, wie kein Platz hier ist. Nee. Wo Stein. Ich habe jetzt die Fasern reingepackt. Ah, wo habe ich sie? Ah, und er ist mal ein Feuervieh. Was? Okay, Feuervieh ist erst mal überbewertet. Gut. Dann komme ich erst mal. Yep. Mach das. Ähm, ja. So, dann packe ich mal das Haarpot gut in die Küste. Musste gucken. Äh, was wollte ich jetzt eigentlich bauen? Feuerdrüse. Äh, nein, das wollte ich nicht. Ich wollte... Wo ist denn jetzt hier der Bringenbrunnen? Bin ich? Da ist er doch. Hm. Da freut sich das Öffchen. Ja, kommt heran, meine Kinder. Kommt heran und hilft. Die Katze macht nüscht. Faule Sau. Ich glaube, die macht keiner ins Haus, oder? Nee. Nicht schon in die Hand. Das ist doch wohl nicht wahr. Echt jetzt? Setz dich gleich als erstes rein. Wie jetzt? Da ist sie nicht gerade drin, ne? Ja, und es hat gerade weitergebaut. So, wie sieht es mit Essen aus? Ja, sie versorgen sich schon mal. Das ist sehr gut. Ich drücke mal den falschen Knopf. So. Das war falsch, aber egal. Hm. Und wie kommt mir die Bauweise hier gerade bekannt vor? Mhm. Die auch, oder? Wirkliche Beute. Aha. Wieso? Wo hab ich denn jetzt den Ofen? Dazu brauch ich Feuerdrüsen. Gut, wir müssen Feuerviecher töten. Mhm. Na, und den hat auch auf Drüsen in der Weide gemacht. Ähm. Ja, die, äh, Belle, Jacob und Edward. Ah, ja. Verstehe. Die machen das. Guck mal. Ja? Der Affe macht Holz. Ja, ich hab aber jetzt momentan kein anderes Vieh, was irgendwie aussieht. Außer du hast eins. Das würde auch noch Holz machen. Ja. Ich hätte, äh, ich hätte höchstens ein Vieh, was nur aussieht. Und das war's dann auch. Ja. Aber wir brauchen etwas, was auch Transport macht. Schwierig. Was macht der? Nur aussehen. Mhm. Naja, solange wir Plätze erstmal haben, kann er das ja erstmal machen. Kann ich schon Schränke bauen? Bessere? Ich glaube nicht, ich kann momentan nur Kisten bauen. Entschuldigung. Ja, man hätte auch Steine bauen können. Gut. Dann wollen wir Aufbewahrung eisen. Hab ich nicht. Gut, die gehen alle pennen. Sehr schön. Das hört sich leicht komisch hier an. So, ein bisschen Dings habe ich reingepackt. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar Viecher. Kalli, lebst du noch? Mhm. Hat sich Kalli nicht so danach angehört? Warum nicht? Naja, du hast nicht geantwortet. Weil? Du nicht geantwortet hast. Genau. So ist es. Hier ist eine Ente. Die macht noch Transport. Sehr schön. Gut, meine Lieben. Aber ich würde sagen, das war es erst mal mit der Folge. Wir haben Ey, der Fenner. Unsere kleinen Süßen dazu animiert zu arbeiten. Ja. Ich würde sagen, wir bedanken uns für's Zusehen und bis zur nächsten Folge. Richtig. Ciao, ciao. Buh-lum. 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 Buh-lum.